Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2 Co-op mit Vandera-Wallof. Viel Spaß. Ich habe die Zahlen und Helmets gefordert, um die Schmerzen zu verhindern. Ich habe die Zahlen geschehen. Das machte die Gou schrecklich, war mehr kosteffektiv. Du hast es schon geholt oder wie? Jaja. Wo hast du was hast du geholt? Ja, das erste Portal. Deswegen ja wohin damit, lol. Okay, aber bleib da. Ja, oder was? Nein, 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 mach jetzt wieder weg, man lasst. Hui. Okay, bist du ready? Nee. Ich komme wieder hier hoch. Alter, komm. Achso. Fuck, was? Ja, das Problem ist halt, ich sehe es halt so beschissen. Ist doch schräg oder nicht. Nee, das ist bloß hoch. Ähm. Warum kann ich denn da? Ah, jetzt hast du es. Ja, weil das bringt es auch nicht so wirklich. Warte, 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 ich kann das Portal ein bisschen weiter seitlich platzieren. Boink. 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 Oh. Nee, das wird automatisch in der Mitte platziert, das bisschen. Ja. Warte, ich muss es erstmal wollen lassen. Aber. Hahaha. Ah, fuck. Okay, ja, ich habe eine Idee. Aber dann geh du rüber und dann fangst du mich einfach auf. Ja, komm, sag mal du. Aha. Okay. Ja, guck mal, siehst du, klappt doch. Ja, das ist doch. Ich bin mal bald. Jetzt, ähm. Ja, guck mal, das ist doch. Ich meine. Try jump. Alter. Ah, es wird auch immer einfacher. Geh durch. Tschüss. Okay. Okay, jetzt. Kannst du von da... Ah, fuck. Ich bin zum Beispiel von der Seite gesprungen. Nein, warum? Ähm, weil ich ein bisschen... ...meine Hitbox falsch eingeschätzt habe. Schäme dich. Ich weiß. Die Frage ist nur, was jetzt läuft. Ja, doch, äh, du, dein Portal da unten hin und dann da hin. Was wir da machen, weiß ich noch nicht, aber... Ich geh mal gucken. Hahaha. Äh, ja, das bringt effektiv nichts. Weißt du, willst du da machen? Ich lade mal, lass einfach dein Stink da, so. Du hast mich getötet. Nein, warte, was? Du Mörder. Warum sagst du so gelassen ist, aber warte, was? Alter, ich wollte grad... Ja, komm. Ja, ja. So, dafür, dass ich wieder, ich, ähm, mach dann hier wieder das Portal hin. Ähm. Ja. Nein, 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 nein. Das war, jetzt macht der Portal hier unten sein, dass du es genau. Weil jetzt laufe ich kurz hier runter. Dann hier wieder drauf. Ich hab oben, hab ich ja das eine Klasse, den brauchst du hier. jetzt bin ich hier oben aber weil ich sehr intelligent bin kann ich hier auch ohne probleme hochholen was sie genau so ich dachte springen als du das hierhin machen das ist ja auch hier oben was auch jetzt blöd ist weil ich da müssen warte wie kommen wir nach oben ja doch warte ja ich kenne doch nichts und das war gerade so schade das ist noch nicht so müssen wir nach oben ok ich will jetzt nicht runter springen ok was bringt ja auch nicht so viel ich weiß gerade nicht mehr was du bist mir gehören spaß und muss jetzt ein bisschen verbrauchen nein ich mache genau das gleiche wie du ich hätte dann ist ziemlich wenn wir mehrere portale benutzen war hier an der seite uns weiß es näher ja gut oh mein gott was dann wer braucht den jump weißt du einfach eins hier platzieren das andere trüben platzieren warte wie komme ich zum bisschen rüber warte macht ein rotes kurz weg genau das mache ich so zack jetzt muss irgendwie auch kennen wir müssen immer noch rüber kommen ich habe den d platz sicher deine macht noch mal hier einander wand hin woher genau so quasi genau quasi dass du kannst die brücke genau so laut also dass ich unter mir die brücke ist also ich brauche sie genau sondern dann machen wir so oben ist hellblau heißt ich brauche dunkelblau was jetzt ich jetzt was ich mache dunkelblau hin wir haben hier oben warte wir müssen wieder halt wieder unten also müssen hier runter ich muss ja auch wieder die litte wenn du zu weit gehst ich muss irgendwie hier okay warte ich habe eine idee du musst mal jetzt irgendwie eine brücke bauen dass ich zu dir hochkomme das ist jetzt nächste frage die darfst du lösen quasi gesehen ich muss irgendwie hier oben ich überlege ja doch 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 warte mal wenn wir jetzt den dann machen also ich bin verwirrt eben habe ich noch eine gute idee gehalten jetzt weiß ich nicht mehr ich dachte irgendwie wenn du da oben land ist da kannst du ja das portal da unten behalten wo du dir den kopf stößt und dann machst du dein portal wieder dahin und dann fliegen wir einfach auf die andere seite aber irgendwie habe ich gerade den sinn verloren wie das genau funktionieren ich bin scheiße in sachen wir wirklich vorstellen aber du hast ja dann müsstest du ja irgendwo hier raus geflogen kommen um her zu kommen weil ich mich jetzt direkt hin platziere mal hier oben ein portal hin mit brücke oder ohne mit brücke das höchste muss geht du kannst du den sprung portal da ein platzieren aber dann wird es ja ja doch warte mal gehen wir zurück zu dem sprung ding ins kürchen damit schwer okay jetzt platzieren wir der portal da auf dem ding so ja und jetzt mach mal spring mal rein dann müsstest du ja theoretisch in mein loch reinfallen oder auch nicht gut zu meinen ja scheiße ich dachte du könntest den ansprung davon nutzen und dann bereit fliegen was ich meine also ich will hier schon so machen dass wir rüber kommen aber dann müsste ich quasi hier wo du jetzt in runden gemacht hast portal und hier unten portal ist jump aber ja aber wie machen wir das jetzt wissen kann auch nicht durch ist was mich um mein gott kannst du versuchen warte das ist jetzt ein bisschen tricky man ist das kalt ok ah der warte kann ich hier hoch genau ok dann bin ich jetzt mal hier aber ich habe ich echt scheiß sicht ich habe ich habe von der seite schlecht der scheiß drauf kommen hier sehen sie wie viel ahnung ich habe ach so hatte ich gute idee aber es wurde dir ich habe gar keine idee was trinken und ihren verbraucht hat der aufgaben viel zu viel flüssigkeit das war aber eine gute idee vielleicht aber man kann das ja auch nicht wirklich steuern wo du dahin fliegst wenn du aufgehend ja warte weil irgendwie ich glaube ich fühle schon dass wir mir den den ansprung davon nutzen mein problem ich kann nur mit zwei portale ohne brücke wie können wir es am besten nutzen du kannst du kannst du kannst ja das du kannst hier ein ja und hier rüber kannst du schießen richtig so heißt connected so jetzt muss ich irgendwie schaffen dass ich deswegen war ja meine idee dass dass du mit dem sprung hier den schwung nehme genau das ist das aimtechnische ähm jetzt muss ich sehr verdammt hart überlegen haha wie übern konnekten wir das so weil ich komme von da weil ich komme auch hier oben nicht ran ähm ne du brauchst ja den schwung von dem tor ne du brauchst ja den schwung von dem tor warte ich muss über deine kamera kurz nachschauen warte ich muss über deine kamera kurz nachschauen okay das ist deine sicht ähm ich darf ich muss überlegen kann man die brücke auch irgendwie andersweit nutzen warte ich kann zum beispiel hier gerade auch nix platzieren nein schade ähm nein kannst du das mit dem portal mit dem schwung portal irgendwo hier an der wand dran klatschen quasi ne das so dass ich als beispiel sagen könnte okay wir machen es halt drauf hin äh kommst du da durchfohlen mach ich grad nicht du kannst befehlen hier gleich fliegen okay warte ähm das ist wenn du nur klipp aber du musst dir die ah hier gibt's keine tabelle Mist okay ähm aber siehst du was ich meine dass du quasi den ähm schwung von dem spring scheißding irgendwie nutzt damit du hier irgendwo gegen die wand fliegst und gibt's nichts oder irgendwas das ist der größte abfall der menschheitsgeschichte ähm dass du den schwung irgendwie nutzt dass du dagegen springst ähm aus deinem portal raus zu fliegen gegen irgendeine wand so dass du dann beispielsweise so wie hier äh das gelbe rein durch das orange und dann da durch weißt du wie ich meine? ähm natürlich nicht geht das irgendwie lieber ja doch versuch mal versuch mal wenn du ähm das portal da hinsetzt und das ausgangsportal äh da drüben lässt ähm öhm müsstest du dann nicht theoretisch da rein fliegen quasi warte 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 nochmal 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 also wenn ich da oben du machst dein äh sprung portal dahin ja und dann lässt du das andere da wo es jetzt ist ja dann fliegst du durch mein portal in das andere portal und dann zum ausgang fragezeichen ja warte mal so dass ich wieder rüberkomme weil ich was wenn ich jetzt genau jetzt hier mein portal machen dass du dass du bei dem sprung teil da wurde gegen die decke fliegt was ja portal und das andere lässt du einfach da oder machst das vielleicht noch ein stück höher dann fällst du in das gelbe portal hinein und dann durch das rote portal zum ausgang ja das ist eine gute freie erwarte hier geht das so kannst du da machen hatte so aber die politik wahrscheinlich auch nicht sondern doch so kannst du zurücklaufen dann hast du immerhin schon mal die stabile brücke und jetzt kannst du ja eigentlich heute mal darüber laufen zurück zum sprungteil durch das loch hier ist ja so weit oben wie möglich perfekt ist egal ob es auch so um oben da geht es ja nicht so und jetzt ist das da weg dann mache ich das gelbe portal hier hin und das rote kommt dahin soll das versuch mal mit dem ja genau wo bist du abgeprallt zu weit oben oder zu weit unten unten genau hier na schade ja gut ich glaube wir müssen auch die brücke irgendwie effektiv nutzen ja aber gut ob das wirklich das die barriere macht es halt auch nicht sehr einfach ich habe eine idee ja machen wir hier die brücke unter mir hast du jetzt hier die brücke ja so perfekt jetzt mach hat jetzt ich tag hat mich was ausprobieren in der land schräg da ok habe ich den schwung war doch nein doch nein doch wenn ich jetzt hier rein springen lande ich quasi rüber das weiß ich jetzt so wenn ich jetzt hier rüber fliege sagt dann müsstest du irgendwie schaffen kannst zwei portale platzieren naja also quasi irgendwie dass ich hier im portal habe fast dass wir nicht rüber fliege irgendwie da nicht ich habe nicht da rein fliegen ich muss doch irgendwie hier rein kommen also ich muss ganz ehrlich platzieren wir hier noch ein portal hin das mit der brücke oder ohne einmal was mit der brücke mal kurz so ok zack zack weg ich liege doch warte 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 mache jetzt noch das andere portal ich muss mein connect dass ich hier zack zack jetzt musst du irgendwie ne warte 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 fischte kasse eine brücke bauen komm doch wann wohin wollen was willst du da machen das überlege ich gerade weil die idee war dass ich quasi jetzt hier rein springe dann irgendwie hier rüber also ich springe jetzt hier rein ja dann komme ich ja quasi hier raus fliegt dann richtung irgendwie hier also genau hier fliege ich ja drauf und irgendwie müssen wir versuchen dass wir das umstellen können dass wir quasi wir müssen quasi schwung nehmen und hier rüber kommen das problem wir haben auch in der dricks brücke wartet doch platzieren wir hier im portal hin und jetzt bei denen hier oben noch brutal genau perfekt platzieren wir das geld brutale noch ein bisschen weiter näher zu mir näher geht es na hallo hallo ok jetzt versuchen müssen wir schaffen rüber zu kommen oh i see ähm ja brücke bauen oder was quasi ja aber wie hm oder können wir nicht einfach rein jumpen let's go aha obwohl warte warte doch macht ne brücke hier fuck zu hoch ha ähm das wäre jetzt die lösung gewesen wie weit kann man springen unwahrscheinlich ich dachte auch schon dass wir vielleicht von hier und so rüber aber das geht niemals warte wir müssen wir doch gar nicht warum ja lol hatte ich opfer mich mal jetzt sind wir hier ja auch wenn wir durchlaufen dann müssen wir rechtzeitig müssen wir die brücke bleibt der firma die brücke bleibt der firma warte ich darf nicht durch du sollst du erst durch ups scheiße ja gut wir müssen uns warte wir machen es aber noch mal ja ähm so quasi warte ähm ja das du ging es nochmal durch du bist zuerst durchgegangen ok ups was drüben jetzt kommen wir rüber musst du drüben portal machen wohin ähm ne 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 genau hier unten bei mir machen sie da weiter hier rechts ja genau sagt dass mein portal hier weg aber ähm sag bleib da sag jetzt ähm komm hier runter hallo na jetzt geh wieder hier drauf achso nochmal durchfing ui 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 bis drüben so jetzt warte jetzt muss ich noch warte warte genau kannst du jetzt nicht einfach jetzt schon mal ne ja doch nein halt ich muss nochmal durch ui ui sag hier ein portal jetzt machen wir das gleiche wie vorhin zack einfach kein aim haben na zack jetzt kommst du zu mir ja boink na ja mach tja alter ok jetzt hüpfe ich durch und hoffentlich zum ausgang ui ja oh mein gott war so leicht eigentlich war so leicht man das hat aber ziemlich lange gedauert bis es bei uns der click gemacht hat und wir wussten was wir tun sollten mein gott gut ich hoffe ich hatte trotzdem ein bisschen spaß und wir sehen uns im nächsten part wieder bis dahin tschüss so 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 Vielen Dank.